So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren, ne, durchtrennen Runde, Indie-Horror-Quatsch mit mir, Lunetschki, Jawolske, in dem Fall nennt sich das Ganze mal White Finger, der weiße Finger, der weiße Finger der Lust, und wir starten, in irgendein, oh Gott, was ist denn das für ein Schatten, ey, der ist ja voll gewaltig, voll unrealistisch vor allem, guck mal wie nah der dran ist, ist das so ein 3D-Schatten oder was, oh Gott, ist das schlecht, jawohl, wir starten einfach mal drauf los, das Spiel ist irgendwie ziemlich leise, man kann hüpfen, ne, man kann nicht hüpfen, man bouncet nur, man kann aber sprinten, oh, der Schatten, ey, so, kann ich irgendwas machen, ich kann mich umsehen, im Prinzip, oh Mann, alter, der Schatten, der ist voll scheiße, ey, die Maus sind sie, ist auch sehr niedrig, na gut, egal, wir schauen uns mal in Ruhe um, und, ist das so eine Art Maze-Horror-Game, kann das sein, warum heißt das eigentlich White Finger, hat man einen weißen Finger, kommt irgendwann der weiße Finger, der Lust, und fingert uns ordentlich zwischen die Getriebe, das möchte ich aber nicht, so, hier ist ein großer Raum, mit aus, der, in dem wir angefangen haben, gruselige Geräusche, wow, so, ich bin gespannt, es ist düster ohne Ende, ey, es ist so ein Maze-Horror-Game, scheinbar, es ist auch verdammt leise, verdammt leise, jetzt flaggert das Licht, huh, geht's da rein, da ging ja erst rein, wohl, oh, das sieht doch ganz hübsch aus hier, ich geh mal da rüber, was ist das denn, wow, Tettensägen, Mann, mit lauter Techno-Mucke, jawoll, gehen wir einfach mal durch die Tür hier, the door is locked, ja, uff da, uff da, uff da, uff da, Techno, 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 Party, alter Schwede, war das, war das, war das jetzt echt, ja, mit lauter Techno-Mucke wurden wir vom, äh, Typen niedergeschnetzelt, was, ein, scheiß, alter, ohne Witz, okay, dann schauen wir uns erstmal hier um, ob wir irgendwo einen Schlüssel finden, das ist ja wohl erstmal die erste Aufgabe hier, die wir jetzt haben, es ist düster, ohne Ende, Mann, okay, kommt der Typ nur da, oder ist der, äh, random, boah, ich seh den Schatten, von wo, oh, hi, ey, du siehst aber cool aus, Jürgen, der spawnt random, okay, weiß ich Bescheid, die Techno-Mucke, ey, uff da, uff da, uff da, yeah, 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 es ist so geil, ey, fuck you, ist das ein Rotz, ohne Witz, ein richtiger Rotz, so, dann gucken wir uns mal hier, nach dem Schlüsselding um, ach nee, hier war ja nichts, okay, ist das da oben nicht ein Schlüssel irgendwie, nee, ist ein Schloss, ach, die Maus, denn, sie ist total niedrig, ich würde die gerne höher stellen, aber, na, kann man ja nicht, ist halt ein Indie-Game, okay, da geht's durch, genau, okay, der Typ taucht also random irgendwo auf, hat eine Art Messer in der Hand, aber macht Kettensägen-Geräusche, dazu, das ist das Herz aller Liebst, oh, Sackgasse, und kommt aus dem Dunkeln, ey, es ist düster, ohne Ende, hi, waaaa, ahahahahahahaha, Alter, ist das krank, ey, Leute, ahahahahahahaha, ich versuch's noch ein-, zweimal, jetzt ist das nicht klappt, lass ich's euch durchspielen, ihr nehmt das Ganze auf, haut's mir in die Kommentare, weil Videoantworten gibt's ja nicht mehr, aber ihr könnt mir ja eure Videos in den Kommentaren verlinken, da können wir uns mal zusammen bei eurer, bei euren Videos ergötzen, das stelle ich mir ganz witzig vor, der Typ, ey, okay, hier ist soweit nichts, da hinten waren wir schon, also gehen wir hier weiter, ist auch nichts, Mann, Josef, ist doch gemein, das ist doch blöd, ist das doch, der kommt immer aus dem Nichts, und vor allem kommt aus dem Dunkeln, guck mal der Schatten, na, 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 er ist schneller als wir, das ist voll AIDS, der kommt hier aus dem Dunkeln, okay, die Mucke rockt, ey, ist er weg? okay, warum ist denn die Tür, der ist immer noch irgendwie in mir drin, oder blut sich einfach nur, ich mach jetzt meinen Namen in den Boden, L, ach Gott, jetzt kann ich das L nicht weitermachen, L, U, jetzt ist mir das andere Blut im Weg, N, und irgendwie ist das A noch, A, so, so, ich blute nicht mehr, kann man es erkennen? L, U, N, ja, das N erkennt man so halbwegs, das U auch, das L ist ein bisschen kurz geraten, beziehungsweise fing ja hier an, irgendwie, ach, scheiß drauf, Tür ist abgeschlossen, ich komm eh nicht weiter, ich find das Spiel irgendwie doof, die Techno-Mucke ist zwar lustig, aber wirklich immer, jetzt bin ich schon wieder hier, oder was? Hä? Ach Leute, du hast doch bekloppt, ist der komische Irre jetzt weg, komplett, brauche ich keine Angst mehr vor ihm haben, hat er sich in Luft aufgelöst, ist er weggebackt, gebaggelt die Hage, okay, ich steig nicht mehr ganz durch, ach, diese Maus sind sie, aber ich vermute mal, dass hier irgendwo, der Schlüssel ist, hier haben wir angefangen, oder? Ne, so ein ähnlicher Raum, ach Mensch, Kines, äh, ich flieg da nicht mehr durch, hier waren wir schon, so, das war der komische Fassraum, ich fasse es nicht, so, da ist, Donkey Shot hergekommen, also müssen wir in die Richtung, waren wir hier schon? Stimmt ja doch, von hier kommen wir doch, stimmt, also rechts weiter, gucken wir mal links, geh einfach mal geradeaus in die Dunkelheit, da flackert der Tisch so schön, da am Ende des Gangs waren wir schon, genau, hier wurden wir umgeschnitzelt, hier ist ja nochmal der große Raum, oder? Ja, das ergibt keinen Sinn, aber da ist der schwebende Schlüssel, you have the key, make your escape, so, Technoman ist wieder da, komm her, du geile Sau, lass mich aber bitte wenigstens nach vorne, lass mich nach vorne, lass mich nach vorne, du bist so schnell, weißt du das, ich will den weißen Finger, da hat sich das Spiel einfach von selbst beendet, Leute, Mr. Technoman hat mich nicht bekommen, ich bin durchs Tor, und das war es dann auch schon, irgendwie ziemlich lame, war jetzt nicht so der Renner, aber ich hatte trotzdem Spaß mit der Technomucke, Techno, Kettensägen-Massaker ist ganz geil, und, ja, wir sehen uns, was ein Schrott, bis denn, tschüssikowski, bla bla bla, und,